Es war ein Reich mit riesigen Palästen, einem einzigartigen Heer und einer starken Marine. Dort lebte die kultivierteste Gesellschaft der Antike. Innerhalb eines Tages und einer einzigen Nacht ging es unter. Eine außergewöhnliche Zivilisation, für immer verloren. Werden diese Männer die moderne Archäologie verändern? Führen sie uns zum größten verlorenen Imperium der Antike. Diese Struktur wurde von Menschenhand geschaffen. Die Stadt muss nicht unbedingt auf dem Meeresboden liegen, sondern unterhalb dieser Ebene. Irgendwo hier muss Atlantis sein. Nur wo? Warum können wir es nicht sehen? Die Suche nach Atlantis. Vielleicht ist es wahr. Kann es sein, dass dieses mysteriöse Inselreich wirklich existiert? Für viele Menschen ist Atlantis der Vorgänger von Ägypten und Mesopotamien, von Israel und Europa. Dort stand die Wiege der Zivilisation. Wenn dieses Reich hier lag, dann ist dieses Gebiet der wichtigste Ort der Menschheit. Die Lokalisierung von Atlantis würde den Lauf der Geschichte ändern. Dann würde der Mythos Realität und die Wiege der Menschheit endlich greifbar. Das mysteriöse, versunkene Reich der Antike zog viele Menschen in seinen Bann. Jede Generation suchte danach. Und jede einzelne Suche war erfolglos. Doch jetzt stehen wir kurz davor, das Unmögliche möglich zu machen. Ein Team von Wissenschaftlern nutzt Satellitenfotografie, Geo- und Bodenradar, Unterwasserarchäologie und historischen Spürsinn, um das versunkene Reich zu finden. Doch wo beginnt die Suche? Die Suche nach Atlantis beginnt mit einer alles entscheidenden Frage. Was war Atlantis? Was wissen wir überhaupt über Atlantis? In Literatur und Film wurde das antike Inselreich zu einem ungreifbaren Fantasieort. Die Wahrheit liegt irgendwo hinter diesem Mythos. Wir müssen ihn neu entdecken. Angela Hobbes weiss, dass ein Philosoph die Antwort kennt. Alles, was wir über Atlantis wissen, steht auf ein paar Seiten in diesem Buch. Es wurde von dem griechischen Philosophen Platon geschrieben. Seine Schriften sind die erste und einzige Quelle, in denen der Mythos Atlantis erwähnt wird. Die Aufzeichnungen beschreiben eine gewaltige Macht, die jenseits des Atlantischen Ozeans entsprang. Zu jener Zeit war dieser Ozean schiffbar und darin lag eine Insel vor einer Meeresenge. Euer Volk nennt sie die Säulen des Herakles. Platon beschreibt Atlantis erstaunlich detailliert. Seine Beschreibung ist eine genaue Anleitung für die Suche. Sie beginnt mit dem Ort der versunkenen Stadt. Platon beschreibt Atlantis als inselreich von ringförmiger Struktur mit kreisrunden Häfen. Es liegt direkt hinter den Säulen des Herakles. Die Säulen des Herakles könnten die Felsen sein, die den Eingang der Straße von Gibraltar flankieren. Die nördliche Säule ist der Fels von Gibraltar. Und die südliche Säule sein Gegenstück in Nordafrika. Richard Freund denkt deshalb, dass Atlantis in Südspanien zu finden ist. Die Geschichtsschreiber der Antike wussten, dass sich die Säulen des Herakles an der heutigen Straße von Gibraltar befinden. Diese Bucht liegt direkt neben den antiken Säulen des Herakles. Richard Freund konzentriert seine Suche auf die Sumpfregion des Nationalparks Coto de Doniana bei der Mündung des Gardalquivir. Hier existierte in der Antike eine große Bucht. Das ist das grösste Feuchtgebiet Südspaniens. Es bedeckt die riesige Fläche von 800 Quadratkilometern. Ein Grossteil ist Marschland. Archäologen glauben, dass hier Reste des legendären Reichs zu finden sind. Bereits 1922 suchten die Archäologen George Bonser und Adolf Schulten Atlantis in diesem Feuchtgebiet. Doch Experten ignorierten diese Theorie jahrelang. 2004 machte der deutsche Physiker Rainer Kühne Schlagzeilen. Mit seinen Satellitenbildern belebte er die Theorie von Bonser und Schulten. Ich stehe in der Sumpfregion des Doniana Nationalparks. Genau hier könnte sich Platons Atlantis befinden. Auf den Satellitenbildern sind merkwürdige, ringförmige Muster zu sehen. Rainer Kühne verglich die Bilder mit den detaillierten Beschreibungen Platons. Er ist überzeugt, dass sich das untergegangene Reich in Südspanien befindet. Platon beschreibt in seinen Schriften eine Hafenstadt mit drei ringförmig angelegten Hafenbecken. Er gibt genaue Maße an. Rainer Kühne verglich die kreisförmigen Muster auf den Bildern mit Platons Maßen. Außerdem beschreibt Platon zwei Tempel in der Mitte von Atlantis. Einer wurde zu Ehren des Gottes Poseidon errichtet. Innerhalb der kreisförmigen Muster fand Rainer Kühne Auffälligkeiten. Er berechnete die Abmessungen dieses Rechtecks. Sie stimmen exakt mit Platons Maßen des Poseidon-Tempels überein. Rainer Kühnes Theorie rief eine archäologische Expedition auf den Plan. Stecken in dem Feuchtgebiet tatsächlich von Menschen geschaffene Gebäude? Archäologie-Professor Richard Freund leitet ein Forscherteam, in dem der Anthropologe Juan Villarias und Geophysiker Paul Bowman, ein Spezialist für Georadarmessungen, arbeiten. Diese Formation weist keine natürlichen Eigenarten auf. Sie wurden zweifellos von Menschen hergestellt. Einer der Kreise ist mit mehreren rechteckigen Strukturen verbunden. Darunter befindet sich eine Art Wand unter der Struktur in der Erde. Wir werden herausfinden, ob das eine Befestigung ist. Sollte sich dort eine Befestigung oder ein anderes Artefakt unter der Erde befinden, dann wäre das ein außergewöhnlicher Fund. Wenn wir hier Artefakte ausgraben, die 4000 Jahre alt sind, dann können wir eins der grössten Rätsel der Menschheit lösen. Den Mythos über die Gründung von Atlantis. Dieses einzigartige Delta des Gandalkivir ist Teil des Nationalparks Cota de Doniana. Geologen wissen, dass dieses Gebiet in Südspanien in der Antike unter Wasser lag. Der Park war damals eine große Bucht. In dieser Bucht lagerten sich riesige Sedimentmengen ab. Mit diesem abgelagerten Sand bauten die Menschen damals Siedlungen. Richard Freund ist der Meinung, dass in dieser Bucht vor tausenden von Jahren das ringförmige Reich von Atlantis lag. Mithilfe der Satellitenaufnahmen erforschen er und sein Team von Archäologen, Geologen und Ethnologen das Gebiet. Auf den Bildern erkennt man etwas, dass die ringförmigen Umrisse einer antiken Stadt sein könnten. Wir konnten die Stelle lokalisieren. Sie liegt in diesen geheimnisvollen Ringen mitten im Feuchtgebiet. Um den exakten Ort zu finden, braucht das Team bessere Aufnahmen. Diese Technik ist nicht so ausgefeilt wie Satellitenaufnahmen. Doch die an einem Ballon und Drachen befestigte Kamera liefert höher aufgelöste Bilder als die Aufnahmen aus dem All. Es funktioniert. Diese Luftaufnahmen liefern uns noch deutlichere Bilder. Sie sind aussagekräftiger als die anderen Aufnahmen von diesem Bereich. Wir werden feststellen, ob es die Ringe wirklich gibt. Der Ballon schwebt in einer Höhe von 100 Metern. Wir machen Aufnahmen aus verschiedenen Höhen, 100 bis 200 Meter. Alle Muster, die auf diesen Fotos auftauchen, könnten unterirdische, von Menschen geschaffene Artefakte sein. Wenn hier eine riesige Stadt stand, was passierte damit? Eine Katastrophe, die Platon im letzten Kapitel seiner Geschichte beschreibt, interessiert die Atlantisjäger besonders. Platon spricht von heftigen Erdbeben und Fluten. Nach einem Tag und einer Nacht verschwand die ganze Insel Atlantis im Meer. Gab es in Südspanien eine solche Katastrophe in der Antike? Wir stehen auf einer Ebene, auf der tonnenschwere Gesteinsblöcke liegen. Sie sind viel zu schwer, um von Menschen bewegt zu werden. Juan Antonio Morales hat geologische Beweise dafür, dass diese Küste in der Vergangenheit von heftigen Tsunamiwellen heimgesucht wurde. Man sieht es an der Anordnung der Steine an dieser Küste. Sie ist 10 bis 100 Meter lang. Diese Anordnung wurde nicht von einer Tsunamiwelle verursacht, sondern von mehreren. Wenn in dieser alten Bucht die ringförmige Anlage von Atlantis stand, wäre sie von mehreren Tsunamiwellen zerstört und ins Meer gerissen worden. Deswegen liegen Hinweise auf die untergegangene Stadt nicht nur am Grund des Nationalparks, sondern auch im Meer, weiter entfernt von der heutigen Küstenlinie. Dort beginnen die Wissenschaftler mit ihrer Suche. Meeresarchäologe Claudio Lozano und Geologe Juan Antonio Morales nutzen die neueste Sidescan-Sonartechnik. Der wie ein Torpedo geformte Taufisch hat zwei Sonargeräte auf seiner Schwanzflosse. Sie senden Impulse auf den Meeresboden aus. Der Computer an Deck empfängt die Impulse und verwandelt sie in Bilder. Das Gerät erkennt Unregelmäßigkeiten und hält die Koordinaten auf einer Karte fest. Hier haben wir eine Unregelmäßigkeit, vielleicht ein Felsen. Wenn Unregelmäßigkeiten eine geometrische Figur bilden, ein Quadrat oder ein Rechteck, dann überprüfen wir sie. In drei Tagen werden acht Einheiten des Meeresbodens je zehn Kilometer lang und sechs Kilometer breit kartografiert. Am zweiten Tag macht der Taufisch eine Entdeckung. Diese Unregelmäßigkeit ähnelt einer vertikalen Wand. Das ist keine geologische Formation. Grossartig. Eine vertikale Struktur. Diese Unregelmäßigkeit ist nicht natürlich. Sie ist sehr gross und hoch. Zwei Winde. Eins, zwei. Senkrecht. Sehr schön. Diese Form ist unnatürlich. Es macht neugierig. Claudio Luzano und Juan Antonio Morales haben eine große Struktur zwölf Meter unter der Meeresoberfläche gefunden. Jetzt müssen sie tauchen. Doch Wissenschaftler sagen, dass das Team in den falschen Gewässern sucht. Warum? Die Suche nach Atlantis beschäftigt seit tausenden von Jahren die klügsten Köpfe der Welt. Diese Besessenheit führte Atlantisjäger rund um den Globus. Platon beschreibt die anspruchsvolle Architektur und die kultivierte Gesellschaft in Atlantis. Deswegen wird das Reich in den geheimnisvollen Ruinen der griechischen Inseln vermutet. Unter dem Lehmboden dieses Hügels auf Kreta liegt eine alte Zivilisation begraben. Sie war ihrer Zeit weit voraus. Die minoische Kultur. Die minoer waren Meister der Baukunst. Das ist eine 4000 Jahre alte Straße. Wahrscheinlich die Hauptstraße einer minoischen Siedlung. Wunderschön gepflastert mit extra für diese Gebäude zugeschnittenen Steinen. Auf der ganzen Insel findet man kunstvolle Architektur. Festsäle mit Fresken und Schreine. Die minoer waren ein kultiviertes Volk. Platon beschreibt die prächtigen Tempel von Atlantis. Paläste in der Mitte der Insel mit kunstvoll verzierten Schreinen. Ganz ähnlich wie die Bauten der Minoer auf dieser griechischen Insel. Das ist der Palast von Knossos. Diese weitläufige, palastartige Anlage ist das Herzstück minoischer Kultur. Von zentraler Bedeutung für Karl Knappets Forschungen auf Kreta ist der beeindruckende Palast von Knossos. Die riesige Anlage erstreckt sich über 10.000 Quadratmeter. Für diese Art von Architektur bedarf es einer genauen Planung. Die Steine wurden aus Steinbrüchen hierher transportiert und von qualifizierten Steinmetzen bearbeitet. Es ist sehr schwierig, solche Linien und Formen in den Stein zu schlagen. Waren vielleicht die Minoer die Bewohner des sagenumwobenen Atlantis? Wir wissen bis heute nicht, wie dieses kultivierte Volk hieß. Der Begriff Minoer ist eine Schöpfung aus dem 20. Jahrhundert. Heute werden die Bewohner Kretas aus der Bronzezeit Minoer genannt. Sie selber nannten sich anders. Der Begriff leitet sich vom mythischen König Minos her, der Herrscher Kretas. Aus Minos entstand Minoer. Der Archäologe Arthur Evans begann 1899 an diesem Ort mit Ausgrabungen. Er nannte den Fund Palast von Minos und seine Erbauer Minoer. Läuft man durch diese atemberaubenden Ruinen, kann man sich gut vorstellen, dass die Minoer ihre Stadt anders nannten. Atlantis. Wäre es Atlantis, dann müsste die Anlage eine Akropolis mit vielen Räumen und Sälen haben. Und sie gibt es tatsächlich in Knossers. Laut Platon war der Stier das wichtigste Symbol der atlantischen Kultur. Er schrieb, dass zwischen den Tempeln heilige Stiere grasten. Sie wurden von den Priestern verehrt und dem Gott Poseidon geopfert. Auch in Knossers spielten Stiere eine wichtige Rolle. Ich stehe über dem nördlichen Eingang zu Knossos. Hinter mir sehen wir ein beeindruckendes Stierfresko. Der Stier war ein wichtiger Teil des politischen Lebens in Knossos. Im östlichen Teil des Palastes befinden sich Rester eines Freskos, das weitere Stierszenen darstellt. Die kulturelle Dominanz des Stieres, die beeindruckende Architektur, die Darstellungen eines utopischen Lebensstils, das alles kommt uns bekannt vor. Es ist durchaus möglich, dass die Minoer und das untergegangene Volk in Atlantis identisch sind. Doch durch welche Katastrophe wurde ihre Kultur zerstört? Bei Platon steht, dass Atlantis an einem Tag und in einer Nacht zerstört wurde. Gibt es hier Beweise für ein katastrophales Ende? Es gibt archäologische Hinweise darauf, dass es eine schreckliche Krise gab. Hat eine lang vergangene Katastrophe eine Hochkultur, wie sie in der Geschichte von Atlantis beschrieben wird, ausgelöscht? Ein Teil der Antwort liegt 137 Kilometer von Kreta entfernt. Die griechische Insel Santorin hieß früher Thera. Zur Zeit der Minoer geschah hier eine unbeschreibliche Katastrophe. Es ist eine Vulkaninsel. Vor 3600 Jahren kam es zu einem gewaltigen Vulkanausbruch. Das erkennt man an den beeindruckenden Formationen. Sie wurde nicht ausgegraben, sondern vom Meer freigelegt. Die Ascheschichten und die Keramikstufen belegen, dass diese Anlage bei dem Ausbruch zerstört wurde. Die Aschewolke der Minoischen Eruption hat die Sonne tagelang verdunkelt. Für die Menschen auf Kreta ein verheerendes Schicksal. Riesige Aschewolken wurden nach Kreta getrieben. Sie hinterließen dicke Schichten Vulkanasche. Das verursachte Probleme in der Landwirtschaft, für die Seefahrt und den Handel. Viele Menschen wurden obdachlos. Der vulkanische Winter verschlimmerte die Situation. Das Erdbeben und der Vulkan aus Bruchfantera könnte mehrere Tsunamis ausgelöst haben. Gigantische Wellen brachen sich an der Nordküste Kretas. Sie überschwemmten das Land mit Bims. Ein poröses, glasiges Vulkangestein. Bimsstein-Vorkommen auf Kreta wären ein Beweis für die gewaltigen Flutwellen. An einigen Orten an der Nordküste der Insel findet man Bimsstein. Er könnte vom Ausbruch von Santorin stammen. Vor kurzem erst deuteten Archäologen an, dass diese Ablagerungen durch einen Tsunami verursacht wurden. Ihre innovative Baukunst, ihre modernen Siedlungen, ihre Kunst und Kultur. Wurde das alles von einer der schlimmsten Vulkanausbrüche der Menschheit ausgelöscht? Atlantis und die Kultur der Minoah sind sich sehr ähnlich. Doch laut der Legende ging Atlantis innerhalb von 24 Stunden unter. Für die Minoah war der Ausbruch der Vulkaninsel Thera nicht das Ende. Sie überlebten. Nach dem Ausbruch existierte die Zivilisation der Minoah weiter. In den geologischen Schichten erkennt man, dass sie zur Zeit des Ausbruchs hier lebten. Nach der Eruption begannen sie mit dem Wiederaufbau und lebten weiter dort. Trotz der Ähnlichkeiten war das wohl doch nicht der Ort, den Platern beschrieben hat. Die minoische Kultur ist nicht im Meer versunken. Es gibt viele Gründe, Atlantis an diesem Ort zu vermuten. Doch es spricht auch vieles gegen diese Theorie. Ist doch das Feuchtgebiet in Spanien der richtige Ort? Richard Freund glaubt, dass Intim kurz davor steht, eine Stadt zu entdecken, die der Beschreibung Platons entspricht. Wir stehen hier vor den Pforten des Nationalparks Cotto de Lugiana. Es wird wild darüber spekuliert, ob das der Ort ist, an dem sich Atlantis befand. Und wo das Reich in den Untiefen versank. Das Team wertet die neuen Luftbilder aus, die die fliegende Kamera vom Feuchtgebiet gemacht hat. Das sieht interessant aus. Aus einer größeren Höhe kann man hier ein Rechteck erkennen. Sie suchen nach kreisförmigen und rechteckigen Mustern. Ein Beweis, dass es sich um die Grundrisse einer verschütteten Stadt handelt. Dieses Muster sehen wir zum ersten Mal. Es ist auf Pauls Fotos gut zu sehen. In diesem Gebiet wurde das Gras gemäht. Sogar danach war das Muster immer noch auf den Luftbildern sichtbar. Also steckt das Muster nicht in der Vegetation, sondern in der Erde. Ist das der Fußabdruck, den Platons Atlantis hinterließ? Das ist die wichtigste Struktur, die wir mit der Luftfotografie aufnehmen konnten. Diese Aufnahme ähnelt am ehesten einem Ort wie Atlantis. Man kann einen Hafen erkennen. Er führt in einen großen Ring. Dort könnten die ringförmigen Kanäle gewesen sein. Richard Freund ist überzeugt, dass man auf den Fotos ein Muster erkennt, das sich mit Platons Beschreibung deckt. Mehrere ringförmige Häfen, die ein Kanal mit dem Meer verbindet. Das Team entdeckt noch mehr faszinierende Merkmale. Ringförmige und gerade Formationen, Parallelen, alle so groß wie von Menschen gebaut. Das könnten Straßen sein, ein, zwei Meter breit. Das könnten Gebäude sein, vier bis acht Meter breit. Das Team arbeitet mit geoelektrischer Tomografie. Damit können sie Bauwerke unter den ringförmigen Mustern sichtbar machen. Wir senden elektrische Spannung durch die Erde. Dann messen wir, was zurückgeworfen wird. Dadurch können wir uns ein Bild machen, wie es zwölf Meter unter der Erdoberfläche aussieht. Stößt das Team dort auf prähistorische Ruinen, dann lösen sie gleich zwei uralte Rätsel. Eins von Platon und eins aus der Bibel. In der Bibel wird die verlorene Stadt Tarschisch erwähnt. Tarschisch taucht in der Bibel an mehreren Stellen auf. Wissenschaftler glauben, dass es sich dabei um die antike, sagenhafte Stadt Tartessos handelt. Die meisten Wissenschaftler verorten Tartessos in Südspanien. Auch Tarschisch lag in Südspanien. Tartessos war Tarschisch. Sowohl in Tartessos als auch in Tarschisch gab es einen großen Metallreichtum. Es ist überliefert, dass Handelsschiffe aus dem Nahen Osten dorthin drei Jahre lang unterwegs waren. Doch dann verschwanden Tartessos und Tarschisch aus den biblischen Aufzeichnungen, als ob sie plötzlich untergegangen wären. Richard Freund hat dafür eine Erklärung. Tartessos und Tarschisch hießen damals anders. Atlantis. Es gibt zwei klassische Überlieferungen, die erstaunlich identisch sind. Tarschisch in der Bibel und Atlantis in den Schriften von Platon. Platon beschreibt Atlantis als Inselreich mit einem großen Hafen am Rande der bekannten Welt. Es dauerte ganze drei Jahre, um mit einem Handelsschiff dorthin zu gelangen. In der Bibel steht, dass Tarschisch eine Stadt ist, die auf einer Insel liegt, mit einem Tiefwasserhafen am Ende der Welt, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Im Buch der Chronik steht, dass man drei Jahre braucht, um sie mit dem Schiff zu erreichen. Tartessos ist Tarschisch, ist Atlantis. Eine interessante Theorie. Jede Stadt wird als wichtiger Hafen beschrieben und verschwindet unter mysteriösen Umständen aus den Schriften. Und das sind noch nicht alle Gemeinsamkeiten. In allen drei Städten soll es einen sagenhaften Metallreichtum gegeben haben, mit wertvollen Rohstoffen wie Gold, Silber und Kupfer. Platon erwähnt die Minen, zu denen die Bewohner Atlantis Zugang hatten. In einer dieser Minen gab es das sagenumwobene Metall, Oreikalkos. Die Archäologen sind sich nicht sicher, was es ist. Wir wissen nur, dass es feurig schimmert. Wissenschaftler bezeichnen Oreikalkum auch als Bergkupfer. In den Bergen im Landesinneren entlang des Rio Tinto wird Gold, Silber und Kupfer gefördert. Man findet schnell Beweise, dass das schon seit 5000 Jahren passiert. Der Tagebau von Cortá Cerro Colorado am Rio Tinto ist berühmt. Schon zur Zeit von Tartessos wurden dort Metalle abgebaut. Eine prähistorische Stadt im Nationalpark Coto de Doniana, ganz in der Nähe von wertvollen Erzvorkommen. Das könnte Atlantis sein. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das versunkene Reich an der Südküste Spaniens lag. Und genau dort werden Claudio Lozano und Juan Antonio Morales tauchen. Die Anordnung der Unregelmässigkeiten ist quadratisch. Das ist eigenartig. Diese vier Strukturen formen eine Linie, die zwei Meter hoch ist. Das ist eine interessante Stelle. Also tauchen wir dort. Mit Hilfe von Seitensichtsonar hat das Team fünf Bereiche vor der Südküste Spaniens eingegrenzt. Auf den Bildern erkennt man eine von Menschenhand geschaffene Struktur auf dem Meeresboden. Sind das die Überreste des versunkenen Reichs Atlantis? Wir siegeln zu einem der Punkte, die wir untersuchen wollen. Wir nennen es die Kathedrale. Sie ist riesig, etwa 40 Meter lang. Wir müssen herausfinden, ob sie von Menschenhand geschaffen wurde oder nicht. Etwa zwölf Meter unter der Oberfläche entdecken die Taucher geheimnisvolle Formationen. Steine, die behauen aussehen. Hier scheint mehr als reine Geologie im Spiel zu sein. Waren diese Steine einst Teil der großen Mauer, die sie Platon beschrieb? Gehauen von den Einwohnern von Atlantis? Von Menschen gemacht. Sie sind zu perfekt. Überprüf das nochmal. Ich will das eigentlich nicht über Funk weitergeben, aber Flat hat einen ringförmigen Trägerbalken entdeckt. So wie es aussieht, wurde er von Menschen gemacht. Die Taucher kommen nach oben. Sie haben eine einzigartige Entdeckung gemacht. Dieser Stein war nicht rechteckig. An einem Ende lief er spitz zu, wie ein Kegel. An manchen Stellen erkennt man eine Mauer, mit Stufen, wie bei einer Treppe. Sehr seltsam. Was für ein Tag. Unglaublich. Der Tauchgang war erfolgreich. Doch was haben sie gefunden? Der Geologe des Teams, Juan Antonio Morales, wertet das Bildmaterial aus. Die vor der Küste gemachte Entdeckung könnte im Zusammenhang mit den Funden im Nationalpark stehen. Das Team macht weiter Aufnahmen vom Grund des Feuchtgebietes. Auch an der Oberfläche suchen Archäologen gründlich nach weiteren kulturellen Artefakten. Wir suchen nicht nur nach den Gebäuden von Atlantis. Wir suchen nach Hinweisen auf ihre Kultur. Wir werden kaum die komplette Umfriedung der Stadt finden. Vielleicht eine Wand, vielleicht einige quadratische Steine. Doch damit können wir noch keine Verbindung zu den zivilisierten Völkern der Antike ziehen. Doch manchmal findet man als Archäologe ein entscheidendes Beweisstück, das alle losen Enden miteinander verbindet. In der Mitte der ringförmigen Muster in der Erde finden Richard Freund und sein Team plötzlich zwei unglaubliche Artefakte. Seht euch das an. Es gibt Menschen, die hoffen ihr Leben lang eine solche Figur zu finden. Und ich finde gleich zwei. Wundervoll. Das sind antike Figurinen, mindestens 2000 Jahre alt. Sie stellen eine besondere Göttin dar. Entweder Astarte oder Ishtar. Astarte und Ishtar entsprechen 4000 Jahre alten Figurinen aus der Bronzezeit. Das Team ist aus dem Häuschen. Diese Objekte sind nicht nur außerordentlich schön. Ihrem Aussehen nach könnten sie eine direkte Verbindung zu den großen Zivilisationen der Antike darstellen. Von den alten Völkern des Nahen Ostens bis zu denen an der Ägäis und am Mittelmeer. Diese zwei Figurinen sind eine Verbindung. Finden wir die Kultur, zu denen sie gehören, haben wir Atlantis lokalisiert. Mittlerweile untersuchen Claudio Lozano, Juan Antonio Morales und die Taucher die Aufnahmen der möglicherweise von Menschenhand erschaffenen Ruinen. Das sieht aus wie das Ende eines Blocks, wie ein gebauter Bürgersteig. Es sieht aus wie eine Mauer. Aber ich kann auch Linien erkennen. Es ist keine Wand. Diese Spalten entstanden durch die Kräfte der Natur. Man kann es nicht sicher sagen. Schwer zu glauben. Selbst wenn es natürlich ist, wurde es bearbeitet. Von Menschen. Vielleicht benutzten sie Natursteine, um die Mauer zu bauen. Jeder Stein wirft neue Fragen auf. Sie sehen aus wie von der Natur geformt. Dennoch erkennt man menschliche Einflüsse. Richard Freund wird informiert. Wir haben die Ablagerung im Bereich des Nationalparks untersucht. Viele dieser Steine, auch andere rechteckige Steine, wurden für Bauwerke benutzt. Wurden diese Steine von Menschenhand hierhin transportiert, um Gebäude zu errichten? Liegen sie jetzt am Grund des Feuchtgebietes? Drei Tage lang untersuchte das Team mit den neuesten Hightech-Geräten die geometrischen Muster, die auf den Luftaufnahmen zu sehen waren. Juan soll sich diesen großen Kreis anschauen. Unterirdische Strukturen tauchen je nach Dichte und Leitfähigkeit in diesem Diagramm auf. Erscheinen in der Bodendichte gleichmäßige Lücken, die den ringförmigen Mustern auf der Oberfläche entsprechen, ist das ein Beweis dafür, dass die unterirdischen Strukturen der Beschreibung von Atlantis gleichen. Das sind die Ergebnisse der geoelektrischen Aufnahmen des großen Kreises. Sie ähneln Platons Beschreibung von Atlantis. Er ist 160 Meter lang und 12 Meter breit. Hier eine Lücke. Und hier wieder. Nach 60 Metern. Die Lücken in der Bodendichte stimmen mit den ringförmigen Mustern darüber überein. Die Regelmäßigkeiten in der Dichte und Leitfähigkeit-Kurve passen zu den Rändern der oberirdischen Muster. Die Kreise sind tatsächlich vorhanden und werden im Boden weitergeführt. Und es gibt noch mehr aufregende Neuigkeiten. Sollte eine Stadt hier plötzlich begraben worden sein, dann wäre alles organische Material dieser Kultur gefangen. Über die lange Zeit hinweg verrottet es und produziert Gas. Als das Team Bodenproben nimmt, stoßen sie nichtsahnend auf etwas Faszinierendes. Diese Schicht Methangas könnte Folgendes bedeuten. Pflanzen, Tiere und Menschen, verschüttet durch eine einzelne gewaltige Naturkatastrophe. Hinter uns befindet sich ein Feuchtgebiet. Auf Satellitenfotos dieses Gebietes erkennt man unterirdische Strukturen. Um alle Zweifel auszuräumen, ob hier tatsächlich das legendäre Atlantis lokalisiert werden kann, fasst Richard Freund die bisherigen Beweise zusammen. Mit der C-14-Datierung können wir die Artefakte, die hier gefunden wurden, datieren. Sie stammen aus der Zeit zwischen 5000 vor Christus und 2000 vor Christus. Mit Hilfe einer Kernbohrung stellen wir fest, dass hier ein Tiefwasserhafen lag, der weit ins Land hinein reichte. Mit geoelektrischer Tomografie wiesen wir nach, dass sich unter der Oberfläche ein Mauerwall befindet. Und als letzten Beweis haben wir diese mysteriöse Methanschicht, die sechs bis neun Meter unter der Oberfläche liegt. Was kann das sein? Es reicht fünf Meter weit nach unten. Methan ist ein Gas, das bei biologischen Prozessen gebildet wird. Ein riesiges Vorkommen hätte entstehen können, wenn die ganze Bevölkerung von Atlantis auf einmal verschüttet worden wäre. Es gibt verschiedene Erklärungen für das Gas. Doch diese Küste wurde in der Vergangenheit immer wieder von gewaltigen Tsunamis überflutet. Es könnte eine Flutwelle gewesen sein, die die Stadt unter sich begraben hat. Pflanzen, Tiere und Menschen wurden darunter verschüttet. All diese Beweise machen Ausgrabungen an diesem Ort nötig. Doch das Grundwasser steht direkt unter der Oberfläche. Eine Ausgrabung wäre kompliziert und aufwendig. Gräbt man tiefer als sieben Meter, wird es sehr schnell teuer. Es würde Jahre dauern, bevor man die ersten Artefakte ausgegraben hätte. Doch ein spanischer Archäologe machte vor kurzem eine wichtige Entdeckung im Landesinneren. Sie hängt mit den Beweisen von Donjana zusammen. Und ist vielleicht die Lösung des Rätsels von Atlantis. Koncho Ruano ist eine der grössten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. In den 1970ern und 1980ern entdeckten Archäologen verschiedene Siedlungen aus der tartessischen Kultur. Sie war völlig anders als die Kulturen um sie herum. Es war die Kultur des Südens. Richard Freund denkt, dass die tartessische Kultur die Kultur von Atlantis ist. Doch sie befindet sich 200 Kilometer von der Küste entfernt. Warum? Warum kamen sie hierher? Hat sie eine Katastrophe im 9. Jahrhundert vor Christus aus ihrer Heimat vertrieben? In diesen Ruinen gibt es allerdings keine Wohnräume. Es gibt Tempel, aber kaum Häuser. Es führt ein Graben um die Siedlung. Aber aus welchem Grund? Es gibt keinen ersichtlichen Grund. Er diente nicht zur Verteidigung. Es war teuer, ihn zu ziehen. Er hat einen symbolischen Charakter. Er erinnerte die Menschen an ihre Heimat. Richard Freund hat eine faszinierende Lösung für das Rätsel von Cancho Ruano. Er vermutet, die Siedlung wurde nicht bewohnt. Sie ist eine Gedenkstätte für das verlorene Reich von Atlantis. Er nennt es Kultstadt. Dieser Ort ist eine Miniaturausgabe der Hauptstadt von Atlantis. Wenn wir die Kultur von Tartessos, Tajish und Atlantis verstehen wollen, dann müssen wir in den Norden gehen. Hier sehen wir, wie sie ihr Erbe bewahren. Sie bauten diese Kultstätten. Cancho Ruano ist nur eine von mehreren Kultstädten in dieser Gegend. Ihre Erbauer wollten an etwas erinnern. Doch welche Verbindung besteht zwischen diesen Ruinen und dem küstennahen Atlantis? Detektive folgen dem Geld. Archäologen folgen dem Stein. Der Schiefer ist der Schlüssel. Dieser Raum ist mit Schiefer ausgelegt. Dort könnte die Residenz des Hohepriesters dieser Gedenkstadt gewesen sein. Dieser Schiefer stammt nicht von hier. Er wurde 250 Kilometer weiter südlich abgebaut. Und die Menschen haben den Schiefer hierher in die Kultstadt Cancho Ruano gebracht. Laut Richard Freund ist der Schiefer dieses Tempels die Verbindung zwischen dem Ort im Inland und der Küstenstadt Atlantis. Diese Tatsache allein ist allerdings noch kein wasserdichtes Indiz. Doch es existiert ein geheimes Symbol, das die Verbindung glaubhafter macht. Ein weiteres Indiz ist das Allerheiligste. Es befindet sich im Zentrum der Stadt. So wie Poseidons Tempel, den Platon in seinen Schriften erwähnt. An diesem Ort fanden die Heiligsten aller Rituale statt. Es wurden Tiere geopfert. Und dort befanden sich auch Kultgegenstände aus Gold, Silber und Bronze. Die Geschichte von Atlantis übernahm Platon von dem griechischen Staatsmann Solon. Dieser brachte die Kunde von Priestern aus dem alten Ägypten mit. Die Ägypter standen angeblich in direktem Kontakt mit den Bewohnern aus Atlantis. Am heiligsten Ort in Cancio Roano befindet sich eine 3500 Jahre alte Hieroglyphe. In der Mitte dieses Gebäudes befindet sich ein Symbol aus der Zeit von Pharao Amasis im 16. Jahrhundert vor Christus. Sie steht für die heilige Metallkunst. Das Symbol verbindet diesen Ort mit den von den Pharaonen verehrten Metallschmieden. Metallschmiede stellten die Kultgegenstände her, die im Tempel benutzt wurden. Die Geschichtsschreibung erwähnt drei Städte, die für ihre kunstvolle Verarbeitung von Metall berühmt waren. Tarschisch, Tartessas und Atlantis. Dieses Symbol verbindet alle Orte miteinander. Das ist der wichtigste Beweis dafür, dass alle drei Städte dieselbe waren. Und es gibt noch einen Beweis, der Cancio Roano mit Atlantis verbindet. Das beeindruckendste Artefakt von allen. Ein Felsbild mit dem Wappen von Atlantis. In diesem Stein verewigten sie ihre Erinnerung und ihre Identität. Wie sieht er aus? Es sind miteinander verschlungene, konzentrische Kreise. Der Stein stand auf dieser Stelle. An der Schwelle von Cancio Roano und auch in anderen Kultstädten wurden große Felsbilder ausgegraben. Wenn man in die Stadt kam, sah man diesen stehenden Stein. Darauf ist ein Krieger mit gezogenem Schwert. Er bewacht die konzentrischen Kreise der Stadt. Er markierte den Eingang zur Stadt. Man ging hier rein und hier raus. Im Zentrum finden wir das, was auch in Platons Atlantis im Zentrum stand. Es ist ihre Erinnerung an die Vergangenheit. Die Symbole auf diesem Stein sind ihre Erinnerung an Atlantis. Wurde diese Anlage von Flüchtlingen aus Atlantis gebaut? Als Denkmal an ihre Heimat? Ist das ein verkleinertes Modell der Stadt, die unter dem Feuchtgebiet in Südspanien liegt? Liegt in diesem unscheinbaren Marschland das Geheimnis, nach dem so viele Menschen seit 2000 Jahren suchen? Wissenschaftler haben hier modernste Technik eingesetzt, um die von Platon beschriebene Stadt zu finden. Die selben Muster finden wir eingraviert in einem 2500 Jahre alten Gedenkstein. Man erkennt die eingefriedete Inselstadt mit ringförmigen Kanälen und einem Tempel als Herzstück in der Mitte, auf den Kanäle zulaufen. Vielleicht stand hier die Wiege der Menschheit. Vielleicht war dieser Ort die Heimat einer frühen Zivilisation. Einer Kultur, die Großes erschaffen hat. Vielleicht liegt unter dieser Erde das sagenumhobene Atlantis. Sollte sich dort eine Befestigung oder ein anderes Artefakt unter der Erde befinden, dann wäre das ein außergewöhnlicher Fund. Wenn wir hier Artefakte ausgraben, die 4000 Jahre alt sind, dann können wir eins der grössten Rätsel der Menschheit lösen. Den Mythos über die Gründung von Atlantis. Dieses einzigartige Delta des Gadalkivir ist Teil des Nationalparks Cota de Doniana. Geologen wissen, dass dieses Gebiet in Südspanien in der Antike unter Wasser lag. Der Park war damals eine große Bucht. In dieser Bucht lagerten sich riesige Sedimentmengen ab. Mit diesem abgelagerten Sand bauten die Menschen damals Siedlungen. Richard Freund ist der Meinung, dass in dieser Bucht vor tausenden von Jahren das ringförmige Reich von Atlantis lag. Mithilfe der Satellitenaufnahmen erforschen er und sein Team von Archäologen, Geologen und Ethnologen das Gebiet. Auf den Bildern erkennt man etwas, dass die ringförmigen Umrisse einer antiken Stadt sein könnten. Wir konnten die Stelle lokalisieren. Sie liegt in diesen geheimnisvollen Ringen mitten im Feuchtgebiet. Um den exakten Ort zu finden, braucht das Team bessere Aufnahmen. Diese Technik ist nicht so ausgefeilt wie Satellitenaufnahmen. Doch die an einem Ballon und Drachen befestigte Kamera liefert höher aufgelöste Bilder als die Aufnahmen aus dem All. Es funktioniert. Diese Luftaufnahmen liefern uns noch deutlichere Bilder. Sie sind aussagekräftiger als die anderen Aufnahmen von diesem Bereich. Wir werden feststellen, ob es die Ringe wirklich gibt. Der Ballon schwebt in einer Höhe von 100 Metern. Wir machen Aufnahmen aus verschiedenen Höhen, 100 bis 200 Meter. Alle Muster, die auf diesen Fotos auftauchen, könnten unterirdische, von Menschen geschaffene Artefakte sein. Wenn hier eine riesige Stadt stand, was passierte damit? Eine Katastrophe, die Platon im letzten Kapitel seiner Geschichte beschreibt, interessiert die Atlantisjäger besonders. Platon spricht von heftigen Erdbeben und Fluten. Nach einem Tag und einer Nacht verschwand die ganze Insel Atlantis im Meer. Gab es in Südspanien eine solche Katastrophe in der Antike? Wir stehen auf einer Ebene auf der tonnenschwere alte Straße. Wahrscheinlich die Hauptstraße einer minoischen Siedlung. Wunderschön gepflastert mit extra für diese Gebäude zugeschnittenen Steinen. Auf der ganzen Insel findet man kunstvolle Architektur, Festsäle mit Fresken und Schreine. Die Minoer waren ein kultiviertes Volk. Platon beschreibt die prächtigen Tempel von Atlantis. Paläste in der Mitte der Insel mit kunstvoll verzierten Schreinen. Ganz ähnlich wie die Bauten der Minoer auf dieser griechischen Insel. Das ist der Palast von Knossos. Diese weitläufige, palastartige Anlage ist das Herzstück minoischer Kultur. Von zentraler Bedeutung für Karl Kneppets Forschungen auf Kreta ist der beeindruckende Palast von Knossos. Die riesige Anlage erstreckt sich über 10.000 Quadratmeter. Für diese Art von Architektur bedarf es einer genauen Planung. Die Steine wurden aus Steinbrüchen hierher transportiert und von qualifizierten Steinmetzen bearbeitet. Es ist sehr schwierig, solche Linien und Formen in den Stein zu schlagen. Waren vielleicht die Minoer die Bewohner des sagenumwobenen Atlantis? Wir wissen bis heute nicht, wie dieses kultivierte Volk hieß. Der Begriff Minoer ist eine Schöpfung aus dem 20. Jahrhundert. Heute werden die Bewohner Kretas aus der Bronzezeit Minoer genannt. Sie selber nannten sich anders. Der Begriff leitet sich vom mythischen König Minos her, der Herrscher Kretas. Aus Minos entstand Minoer. Der Archäologe Arthur Evans begann 1899 an diesem Ort mit Ausgrabungen. Er nannte den Fund Palast von Minos und seine Erbauer Minoer. Läuft man durch diese atemberaubenden Ruinen, kann man sich gut vorstellen, dass die Minoer ihre Stadt anders nannten. Atlantis. Wäre es Atlantis, dann müsste die Anlage eine Akropolis mit vielen Räumen und Sälen haben. Und sie gibt es tatsächlich in Knossers. Laut Platon war der Stier das wichtigste Symbol der atlantischen Kultur. Er schrieb, dass zwischen den Tempeln heilige Stiere grasten. Sie wurden von den Priestern verehrt und dem Gott Poseidon geopfert. Auch in Knossers spielten Stiere eine wichtige Rolle. Ich stehe über dem nördlichen Eingang zu Knossos. Hinter mir sehen wir ein beeindruckendes Stierfresko. Der Stier war ein wichtiger Teil des politischen Lebens in Knossos. Im östlichen Teil des... In drei Tagen werden acht Einheiten des Meeresbodens je zehn Kilometer lang und sechs Kilometer breit kartografiert. Am zweiten Tag macht der Taufisch eine Entdeckung. Diese Unregelmäßigkeit ähnelt einer vertikalen Wand. Das ist keine geologische Formation. Großartig. Eine vertikale Struktur. Diese Unregelmäßigkeit ist nicht natürlich. Sie ist sehr groß und hoch. Zwei Winde. Eins, zwei. Senkrecht. Sehr schön. Diese Form ist unnatürlich. Es macht neugierig. Claudio Luzano und Juan Antonio Morales haben eine große Struktur zwölf Meter unter der Meeresoberfläche gefunden. Jetzt müssen sie tauchen. Doch Wissenschaftler sagen, dass das Team in den falschen Gewässern sucht. Warum? Die Suche nach Atlantis beschäftigt seit tausenden von Jahren die klügsten Köpfe der Welt. Diese Besessenheit führte Atlantisjäger rund um den Globus. Platon beschreibt die anspruchsvolle Architektur und die kultivierte Gesellschaft in Atlantis. Deswegen wird das Reich in den geheimnisvollen Ruinen der griechischen Inseln vermutet. Unter dem Lehmboden dieses Hügels auf Kreta liegt eine alte Zivilisation begraben. Sie war ihrer Zeit weit voraus. Die minoische Kultur. Die Minoer waren Meister der Baukunst. Das ist eine 4000 Jahre alte Straße. Wahrscheinlich die Hauptstraße einer minoischen Siedlung. Wunderschön gepflastert mit extra für diese Gebäude zugeschnittenen Steinen. Auf der ganzen Insel findet man kunstvolle Architektur, Festsäle mit Fresken und Schreine. Die Minoer waren ein kultiviertes Volk. Platon beschreibt die prächtigen Tempel von Atlantis. Paläste in der Mitte der Insel mit kunstvoll verzierten Schreinen. Ganz ähnlich wie die Bauten der Minoer auf dieser griechischen Insel. Das ist der Palast von Knossos. Diese weitläufige, palastartige Anlage ist das Herzstück minoischer Kultur. Von zentraler Bedeutung für Karl Kneppets Forschungen auf Kreta ist der beeindruckende Palast von Knossos. Die riesige Anlage erstreckt sich über 10.000 Quadratmeter. Für diese Art von Architektur bedarf es einer genauen Planung. Die Steine wurden aus Steinbrüchen hierher transportiert und von qualifizierten Steinmetzen bearbeitet. Es ist sehr schwierig, solche Linien und Formen in den Stein zu schlagen. Waren vielleicht die Minoer die Bewohner des Sagen umwoben? Mit der C14-Datierung können wir die Artefakte, die hier gefunden wurden, datieren. Sie stammen aus der Zeit zwischen 5000 v. Chr. und 2000 v. Chr. Mithilfe einer Kernbohrung stellen wir fest, dass hier ein Tiefwasserhafen lag, der weit ins Land hinein reichte. Mit geoelektrischer Tomografie wiesen wir nach, dass sich unter der Oberfläche ein Mauerwall befindet. Und als letzten Beweis haben wir diese mysteriöse Methanschicht, die 6 bis 9 Meter unter der Oberfläche liegt. Was kann das sein? Es reicht 5 Meter weit nach unten. Methan ist ein Gas, das bei biologischen Prozessen gebildet wird. Ein riesiges Vorkommen hätte entstehen können, wenn die ganze Bevölkerung von Atlantis auf einmal verschüttet worden wäre. Es gibt verschiedene Erklärungen für das Gas. Doch diese Küste wurde in der Vergangenheit immer wieder von gewaltigen Tsunamis überflutet. Es könnte eine Flutwelle gewesen sein, die die Stadt unter sich begraben hat. Pflanzen, Tiere und Menschen wurden darunter verschüttet. All diese Beweise machen Ausgrabungen an diesem Ort nötig. Doch das Grundwasser steht direkt unter der Oberfläche. Eine Ausgrabung wäre kompliziert und aufwendig. Grät man tiefer als 7 Meter, wird es sehr schnell teuer. Es würde Jahre dauern, bevor man die ersten Artefakte ausgegraben hätte. Doch ein spanischer Archäologe machte vor kurzem eine wichtige Entdeckung im Landesinneren. Sie hängt mit den Beweisen von Donjana zusammen und ist vielleicht die Lösung des Rätsels von Atlantis. Concho Ruano ist eine der grössten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. In den 1970ern und 1980ern entdeckten Archäologen verschiedene Siedlungen aus der tartessischen Kultur. Sie war völlig anders als die Kulturen um sie herum. Es war die Kultur des Südens. Richard Freund denkt, dass die tartessische Kultur die Kultur von Atlantis ist. Doch sie befindet sich 200 Kilometer von der Küste entfernt. Warum kamen sie hierher? Hat sie eine Katastrophe im 9. Jahrhundert vor Christus aus ihrer Heimat vertrieben? In diesen Ruinen gibt es allerdings keine Wohnräume. Es gibt Tempel, aber kaum Häuser. Es führt ein Graben um die Siedlung. Aber aus welchem Grund? Es gibt keinen ersichtlichen Grund. Er diente nicht zur Verteidigung. Es war teuer, ihn zu ziehen. Er hat einen symbolischen Charakter. Er erinnerte die Menschen an ihre Heimat. Richard Freund hat eine ganz in der Nähe von wertvollen Erzvorkommen. Das könnte Atlantis sein. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das versunkene Reich an der Südküste Spaniens lag. Und genau dort werden Claudio Lozano und Juan Antonio Morales tauchen. Die Anordnung der Unregelmässigkeiten ist quadratisch. Das ist eigenartig. Diese vier Strukturen formen eine Linie, die zwei Meter hoch ist. Das ist eine interessante Stelle. Also tauchen wir dort. Mit Hilfe von Seitensichtsonar hat das Team fünf Bereiche vor der Südküste Spaniens eingegrenzt. Auf den Bildern erkennt man eine von Menschenhand geschaffene Struktur auf dem Meeresboden. Sind das die Überreste des versunkenen Reichs Atlantis? Wir siegeln zu einem der Punkte, die wir untersuchen wollen. Wir nennen es die Kathedrale. Sie ist riesig. Etwa 40 Meter lang. Wir müssen herausfinden, ob sie von Menschenhand geschaffen wurde oder nicht. Etwa zwölf Meter unter der Oberfläche entdecken die Taucher geheimnisvolle Formationen. Steine, die behauen aussehen. Hier scheint mehr als reine Geologie im Spiel zu sein. Waren diese Steine einst Teil der großen Mauer, die sie Platon beschrieb? Gehauen von den Einwohnern von Atlantis? Von Menschen gemacht. Sie sind zu perfekt. Überprüf das nochmal. Ich will das eigentlich nicht über Funk weitergeben, aber Flat hat einen ringförmigen Trägerbalken entdeckt. So wie es aussieht, wurde er von Menschen gemacht. Die Taucher kommen nach oben. Sie haben eine einzigartige Entdeckung gemacht. Dieser Stein war nicht rechteckig. An einem Ende lief er spitz zu. Wie ein Kegel. An manchen Stellen erkennt man eine Mauer mit Stufen wie bei einer Treppe. Sehr seltsam. Was für ein Tag. Der Tauchgang war erfolgreich. Doch was haben sie gefunden? Der Geologe des Teams, Juan Antonio Morales, wertet das Bildmaterial aus. Die vor der Küste gemachte Entdeckung könnte im Zusammenhang. Die Geologen sind sich nicht sicher, was es ist. Wir wissen nur, dass es feurig schimmert. Wissenschaftler bezeichnen Oricalkum auch als Bergkupfer. In den Bergen im Landesinneren, entlang des Rio Tinto, wird Gold, Silber und Kupfer gefördert. Man findet schnell Beweise, dass das schon seit 5000 Jahren passiert. Der Tagebau von Corta Cerro Colorado am Rio Tinto ist berühmt. Schon zur Zeit von Tartessos wurden dort Metalle abgebaut. Eine prähistorische Stadt im Nationalpark Coto de Doniana. Ganz in der Nähe von wertvollen Erzvorkommen. Das könnte Atlantis sein. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das versunkene Reich an der Südküste Spaniens lag. Und genau dort werden Claudio Lozano und Juan Antonio Morales tauchen. Die Anordnung der Unregelmäßigkeiten ist quadratisch. Das ist eigenartig. Diese vier Strukturen formen eine Linie, die zwei Meter hoch ist. Das ist eine interessante Stelle. Also tauchen wir dort. Mithilfe von Seitensicht Sonar hat das Team fünf Bereiche vor der Südküste Spaniens eingegrenzt. Auf den Bildern erkennt man eine von Menschenhand geschaffene Struktur auf dem Meeresboden. Sind das die Überreste des versunkenen Reichs Atlantis? Wir siegeln zu einem der Punkte, die wir untersuchen wollen. Wir nennen es die Kathedrale. Sie ist riesig. Etwa 40 Meter lang. Wir müssen herausfinden, ob sie von Menschenhand geschaffen wurde oder nicht. Etwa 12 Meter unter der Oberfläche entdecken die Taucher geheimnisvolle Formationen. Steine, die behauen aussehen. Hier scheint mehr als reine Geologie im Spiel zu sein. Waren diese Steine einst Teil der großen Mauer, wie sie Platon beschrieb? Gehauen von den Einwohnern von Atlantis? Von Menschen gemacht. Sie sind zu perfekt. Überprüf das nochmal. Ich will das eigentlich nicht über Funk weitergeben, aber Flat hat einen ringförmigen Trägerbalken entdeckt. So wie es aussieht, wurde er von Menschen gemacht. Die Taucher kommende Steine, auch andere rechteckige Steine, wurden für Bauwerke benutzt. Wurden diese Steine von Menschenhand hierhin transportiert, um Gebäude zu errichten? Liegen sie jetzt am Grund des Feuchtgebietes? Drei Tage lang untersuchte das Team mit den neuesten Hightech-Geräten die geometrischen Muster. Die auf den Luftaufnahmen zu sehen waren. Juan soll sich diesen großen Kreis anschauen. Unterirdische Strukturen tauchen je nach Dichte und Leitfähigkeit in diesem Diagramm auf. Erscheinen in der Bodendichte gleichmäßige Lücken, die den ringförmigen Mustern auf der Oberfläche entsprechen, ist das ein Beweis dafür, dass die unterirdischen Strukturen der Beschreibung von Atlantis gleichen. Das sind die Ergebnisse der geo-elektrischen Aufnahmen des großen Kreises. Sie ähneln Platons Beschreibung von Atlantis. Er ist 160 Meter lang und 12 Meter breit. Hier eine Lücke. Und hier wieder. Nach 60 Metern. Die Lücken in der Bodendichte stimmen mit den ringförmigen Mustern darüber überein. Die Regelmäßigkeiten in der Dichte- und Leitfähigkeit-Kurve passen zu den Rändern der oberirdischen Muster. Die Kreise sind tatsächlich vorhanden und werden im Boden weitergeführt. Und es gibt noch mehr aufregende Neuigkeiten. Sollte eine Stadt hier plötzlich begraben worden sein, dann wäre alles organische Material dieser Kultur gefangen. Über die lange Zeit hinweg verrottet es und produziert Gas. Als das Team Bodenproben nimmt, stoßen sie nichtsahnend auf etwas Faszinierendes. Diese Schicht Methangas könnte Folgendes bedeuten. Pflanzen, Tiere und Menschen. Verschüttet durch eine einzelne gewaltige Naturkatastrophe. Hinter uns befindet sich ein Feuchtgebiet. Auf Satellitenfotos dieses Gebietes erkennt man unterirdische Strukturen. Um alle Zweifel auszuräumen, ob hier tatsächlich das legendäre Atlantis lokalisiert werden kann, fasst Richard Freund die bisherigen Beweise zusammen. Mit der C14-Datierung können wir die Artefakte, die hier gefunden wurden, datieren. Sie stammen aus der Zeit zwischen 5000 v. Chr. und 2000 v. Chr. Mithilfe einer Kernbohrung stellen wir fest, dass hier ein Tiefwasserhafen lag, der weit ins Land hinein reichte. Mit geoelektrischer Tomografie wiesen wir nach, dass sich unter der Oberfläche ein Mauerwall befindet. Man kann es nicht sicher sagen. Schwer zu glauben. Selbst wenn es natürlich ist, wurde es bearbeitet. Von Menschen. Vielleicht benutzten sie Natursteine, um die Mauer zu bauen. Jeder Stein wirft neue Fragen auf. Sie sehen aus wie von der Natur geformt. Dennoch erkennt man menschliche Einflüsse. Richard Freund wird informiert. Wir haben die Ablagerung im Bereich des Nationalparks untersucht. Viele dieser Steine, auch andere rechteckige Steine, wurden für Bauwerke benutzt. Wurden diese Steine von Menschenhand hierhin transportiert, um Gebäude zu errichten? Liegen sie jetzt am Grund des Feuchtgebietes? Drei Tage lang untersuchte das Team mit den neuesten Hightech-Geräten die geometrischen Muster, die auf den Luftaufnahmen zu sehen waren. Juan soll sich diesen großen Kreis anschauen. Unterirdische Strukturen tauchen je nach Dichte und Leitfähigkeit in diesem Diagramm auf. Erscheinen in der Bodendichte gleichmäßige Lücken, die den ringförmigen Mustern auf der Oberfläche entsprechen, ist das ein Beweis dafür, dass die unterirdischen Strukturen der Beschreibung von Atlantis gleichen. Das sind die Ergebnisse der geo-elektrischen Aufnahmen des großen Kreises. Sie ähneln Platons Beschreibung von Atlantis. Er ist 160 Meter lang und 12 Meter breit. Hier eine Lücke. Und hier wieder. Nach 60 Metern. Die Lücken in der Bodendichte stimmen mit den ringförmigen Mustern darüber überein. Die Regelmäßigkeiten in der Dichte- und Leitfähigkeit-Kurve passen zu den Rändern der oberirdischen Muster. Die Kreise sind tatsächlich vorhanden und werden im Boden weitergeführt. Und es gibt noch mehr aufregende Neuigkeiten. Sollte eine Stadt hier plötzlich begraben worden sein, dann wäre alles organische Material dieser Kultur gefangen. Über die lange Zeit hinweg verrottet es und produziert Gas. Als das Team Bodenproben nimmt, stoßen sie nichtsahnend auf etwas Faszinierendes. Diese Schicht Methangas könnte Folgendes bedeuten. Pflanzen, Tiere und Menschen, verschüttet durch eine einzelne gewaltige Naturkatastrophe. Hinter uns befindet sich ein Feuchtgebiet. Auf Satellitenfotos dieses Gebietes erkennt man unterirdische Strukturen. Um alle Zweifel auszuräumen, ob hier... Die Geschichtsschreiber der Antike wussten, dass sich die Säulen des Herakles an der heutigen Straße von Gibraltar befinden. Diese Bucht liegt direkt neben den antiken Säulen des Herakles. Richard Freund konzentriert seine Suche auf die Sumpfregion des Nationalparks Coto de Doniana bei der Mündung des Gardalquivir. Hier existierte in der Antike eine große Bucht. Das ist das größte Feuchtgebiet Südspaniens. Es bedeckt die riesige Fläche von 800 Quadratkilometern. Ein Großteil ist Marschland. Archäologen glauben, dass hier Reste des legendären Reichs zu finden sind. Bereits 1922 suchten die Archäologen George Bonsor und Adolf Schulten Atlantis in diesem Feuchtgebiet. Doch Experten ignorierten diese Theorie jahrelang. 2004 machte der deutsche Physiker Rainer Kühne Schlagzeilen. Mit seinen Satellitenbildern belebte er die Theorie von Bonsor und Schulten. Ich stehe in der Sumpfregion des Doniana Nationalparks. Genau hier könnte sich Platons Atlantis befinden. Auf den Satellitenbildern sind merkwürdige, ringförmige Muster zu sehen. Rainer Kühne verglich die Bilder mit den detaillierten Beschreibungen Platons. Er ist überzeugt, dass sich das untergegangene Reich in Südspanien befindet. Platon beschreibt in seinen Schriften eine Hafenstadt mit drei ringförmig angelegten Hafenbecken. Er gibt genaue Maße an. Rainer Kühne verglich die kreisförmigen Muster auf den Bildern mit Platons Maßen. Außerdem beschreibt Platon zwei Tempel in der Mitte von Atlantis. Einer wurde zu Ehren des Gottes Poseidon errichtet. Innerhalb der kreisförmigen Muster fand Rainer Kühne Auffälligkeiten. Er berechnete die Abmessungen dieses Rechtecks. Sie stimmen exakt mit Platons Maßen des Poseidon-Tempels überein. Rainer Kühnes Theorie rief eine archäologische Expedition auf den Plan. Stecken in dem Feuchtgebiet tatsächlich von Menschen geschaffene Gebäude? Archäologie-Professor Richard Freund leitet ein Forscherteam, in dem der Anthropologe Juan Villarias und Geophysiker Paul Bowman, ein Spezialist für Georadarmessungen, arbeiten. Diese Formation weist keine natürlichen Eigenarten auf. Sie wurden zweifellos von Menschen hergestellt. Jede Stadt wird als wichtiger Hafen beschrieben und verschwindet unter mysteriösen Umständen aus den Schriften. Und das sind noch nicht alle Gemeinsamkeiten. In allen drei Städten soll es einen sagenhaften Metallreichtum gegeben haben, mit wertvollen Rohstoffen wie Gold, Silber und Kupfer. Platon erwähnt die Minen, zu denen die Bewohner Atlantis Zugang hatten. In einer dieser Minen gab es das sagenumwobene Metall Oreikalkos. Die Archäologen sind sich nicht sicher, was es ist. Wir wissen nur, dass es feurig schimmert. Wissenschaftler bezeichnen Oreikalkum auch als Bergkupfer. In den Bergen im Landesinneren entlang des Rio Tinto wird Gold, Silber und Kupfer gefördert. Man findet schnell Beweise, dass das schon seit 5000 Jahren passiert. Der Tagebau von Cortá Cerro Colorado am Rio Tinto ist berühmt. Schon zur Zeit von Tartessos wurden dort Metalle abgebaut. Eine prähistorische Stadt im Nationalpark Coto de Doniana. Ganz in der Nähe von wertvollen Erzvorkommen. Das könnte Atlantis sein. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das versunkene Reich an der Südküste Spaniens lag. Und genau dort werden Claudio Lozano und Juan Antonio Morales tauchen. Die Anordnung der Unregelmässigkeiten ist quadratisch. Das ist eigenartig. Diese vier Strukturen formen eine Linie, die zwei Meter hoch ist. Das ist eine interessante Stelle. Also tauchen wir dort. Mithilfe von Seitensichtsonar hat das Team fünf Bereiche vor der Südküste Spaniens eingegrenzt. Auf den Bildern erkennt man eine von Menschenhand geschaffene Struktur auf dem Meeresboden. Sind das die Überreste des versunkenen Reichs Atlantis? Wir siegeln zu einem der Punkte, die wir untersuchen wollen. Wir nennen es die Kathedrale. Sie ist riesig. Etwa 40 Meter lang. Wir müssen herausfinden, ob sie von Menschenhand geschaffen wurde oder nicht. Etwa zwölf Meter unter der Oberfläche entdecken die Taucher geheimnisvolle Formationen. Steine, die behauen aussehen. Hier scheint mehr als reine Geologie im Spiel zu sein. Waren diese Steine einst Teil der großen Mauer, wie sie Platon beschrieb? Gehauen von der Oberfläche.